Ich bin der Max und habe heute gegen Julia, Mama und Papa gespielt. Jetzt kommt noch die Entscheidung gegen Laura. Wie hast du gegen Julia gespielt und gegen die anderen? Also gegen Julia habe ich verloren, gegen Mama gewonnen, gegen Papa gewonnen. Aber gegen Laura, das empfindet sich jetzt noch. Und was hast du gegessen, dass du starb bist? Eine Banane.